Hallihallo, hohoho! Auch heute sitze ich immer noch hier und warte, dass die Tür aufgeht. Adventskalender Film Edition. Herzlich Willkommen. Heute mit meinem wirklich ewig liebsten Weihnachtslieblingsfilm und am Ende gibt es ein, würde ich mal sagen, Film-Related Geschenk für euch, wenn ihr dran bleibt. Ja, ja, lacht ihr ruhig. Versprochen ist versprochen, habe ich aus der Kindheit einfach mit ins Heute geschleppt. Es gibt keinen Weihnachtsfilm, den ich öfter gesehen habe. Ich wollte heimlich auch dieser kleine Jamie sein. Arnold Schwarzenegger wäre mein Vater gewesen und ich hätte diese billige Iron-Man-Figur-Imitat namens Turbo-Man. Ich hätte ihn besessen. Ach herrlich. Ich werde nicht eine schlechte Silbe über diesen Film verlieren, sondern kurz noch droppen, dass ich mir durch diesen Film, durch Arnold Schwarzenegger auch noch einbilde, die Namen der Rentiere von Santa Claus zu kennen. Das ist im Film ja ein Radio-Quiz und man soll eben die Namen nennen und Arnie sagt, zumindest in meiner Erinnerung dann immer, Sauser-Tänzer-Fuchs-Komet, stolzer Jupiter-Donner-Blitz. Ich habe nie überprüft, ob das stimmt. Also, falls das einer von euch verifizieren kann, könnt ihr das gerne in die Kommentare packen. Das wäre für mich schon das Geschenk nachher wert. Vielleicht ist es aber auch einfach in meinem Kindergedächtnis falsch abgespeichert und ich wäre untröstlich. Versprochen ist versprochen, wird trotzdem geguckt. Jedes Jahr. Immer wieder gerne. Große Liebe. Habt ihr eben auch einen Weihnachtsfilm oder wisst, wie die Rentiere des Weihnachtsmanns heißen, dann kommentiert das gerne. Und dann habt ihr heute, wir haben ja über Turbo-Man gesprochen im Film, ihr habt heute auch quasi die Chance auf einen Turbo-Man. Bei uns ist es nur Aquaman, aber hier, wackelnder Kopf. Also, falls ihr es haben wollt, sehr gerne einfach kommentieren und wir sehen uns das nächste Mal dann hier wieder mit dem nächsten Film. Morgen ist erstmal Dominik wieder dran. Im Wechsel stellen wir euch ja die Weihnachtsfilme vor. Dann schön drüben bei der Film-Lounge mal gucken, was er anzubieten hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier eben wieder. Bleibt vernünftig, bleibt gesund und dann sehen wir uns das eben wieder. Wie oft sage ich das eigentlich noch? Ich muss los. Tschö.